Hallo, hier ist wieder Breisach Video und Tour. Wir haben heute den schmutzigen Dunstig, den 4.2.2016. Und wir befinden uns hier auf dem Weg zum Marktplatz. Wir wollen das närrische Treiben am Hemd Lungi für euch begleiten und ein paar Stimmen, die Stimmung und natürlich die herrliche Breisacher Guckemusik einfangen. Wir lassen uns alle mal überraschen, was heute geboten wird. Das Wetter ist nicht so schön, es ist nasskalt, es tröpfelt ein bisschen. Aber wie ihr seht, die richtige Narren, ein richtiger Breisacher, da lässt sich die Laune nicht vermiesen. Der kommt trotzdem, der hält durch, der feiert seine Phasen. Das Wetter ist nicht so schön, es ist nicht so schön, es ist nicht so schön. Wer ist denn diesmal der Bewahrer vom Lichte von Eckertsberg? Das ist der Herr Hans-Peter Gebbert. Wegle? Ja genau, ganz einfach Wegle. Da darf man dann aufs Licht nicht ausgehen, ne? Ja klar, wir hoffen nicht, aber ich vermute, dass der Hans-Peter die Kraft hat, dass das Licht niemals ausgehen lässt und es auch so weit leuchten lässt, dass das über Breisach dann dementsprechend leuchtet. Dann noch eine glückselige Phase, gell? Dankeschön. Bitte, tschüss. Ja, schöne Fasnacht in Breisach, wie immer auf dem Marktplatz. Tolle Organisation, tolle Veranstaltung. Unterstützen wir und vor Terror haben wir keine Angst. Ja genau, Autohaus ist zu, damit man feiern kann. Meine Mitarbeiter haben Urlaub über Fasnacht immer, damit jeder die Möglichkeit hat Fasnacht zu machen, dass jeder frei hat und wir machen am Arsch am Mittwoch weiter. Aber das muss einfach sein. Wenn jeder nur schafft, kann keiner Fasnacht machen, oder? Das Geilste ist, dass du jedes Mal die breiseren Leute triffst. Das ist sensationell, das finde ich jedes Mal einfach geil. Weil du einfach die breiseren Leute triffst hier. Und das Wetter lässt einen auch nicht daheim bleiben, ne? Man muss da raus, wenn die Musik spielt. Da musst du raus, da musst du raus. Egal, wie es wäre, scheiße, egal, ob es regnet oder irgendwas. Du musst raus, das ist die Phase, die Freisach. Und macht der Fasnacht Spaß? Ja. Bist du den Berg runtergelaufen hierher? Ne, ich wohne in Güntling, also mit dem Auto. So, okay. Extra von Güntling her? Ja. Super. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß. Danke, die auch. Danke. Tschüss. Tschüss. Riesach ist die beste Phase nicht, oder? Ja, das ist gut. Also. Der Bürgermeister hat gekämpft ums Rathaus. Gegen uns kommt er nie an. Nee, Quatsch. Da hat er keine Chance. Wir machen da auch noch Musik. Genau. An einem Fasnachtsgottesdienst oben in Münster, ja. Ja. Da lade ich auch alle herzlich ein. Ja. Ja. Schnappfe, 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 Räufzacht, Rauss. Auf, zack, auf, schweck, schwecken! Ayo! Riesa, nache! Sind alle do! Sabine, tschau! Jawohl! So, das war's vom schmutzigen Unstieg 2016. Leider ist das Wetter sehr schlecht, sodass es schon viele verzogen haben. Wir verziehen uns jetzt auch. Wir berichten weit über die Prisacher Phasen. Lasst uns überraschen. Tschüss, tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020